Ha, ich hab's geschafft. GEZ. Achtstück schon, soviel hatten wir noch nie. Ist ja. Vielleicht nochmal. Ja, ich hab's geschafft. Geo, wo bist du denn? Unter Wasser. Ja. Seit vorn oder ziemlich weit hinten? Mitte, schätze ich. Hier komm ich dir mal hin. Auf der Strecke, wo es zum Champion rumgeht. Ja. Entspanieren. Hier geht's. Hier geht's. Ja, super, geschafft. Danke für die Hilfe. Es fehlt jetzt noch irgendjemand, wer hat es noch nicht geschafft? Eigentlich 10 müssten wir sein, ne? Wir hatten noch vorhin beide Gruppen voll. Nee. Ja, dann hat es wohl jeder geschafft. Was haben Sie denn? Weitere.